Unsere Spanien sind jetzt sechs Wochen und weil es so brave Engelchen beziehungsweise Bengelchen sind, haben wir gesagt, machen wir heute mal ein Video. Unsere Engelchen auf Wolke 7. Natürlich wollen sie in dem Alter schon mit allem spülen und glauben, dass unser Feldteppich da zum Fristen ist, weil der erinnert sich an die Mutti und da habe ich schon so ein Lumpf wieder rausgekacken. Schaut sich die an, das waren ja schon wichtige Lauser. Wunderschön sind sie schon da herwachsen, so lieb, so klasse. Und jetzt sind die auch schon so frech, dass sie mit der Deko gleich abhauen. Solche Lumpen. Was er für Gaudi hat, weil er da jetzt was erwischt hat. Im Alltag nimmt man natürlich sowas nicht zum Spülen her, aber zum Filmen ist das schon ok. Ja, für heute habt ihr es wieder gesehen, es geht uns gut. Sie wachsen, sie sind frech, sie haben riesen Spaß. Wir werden nächste Woche natürlich wieder einen neuen Klassenfilm machen. Bis bald!